Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen natürlich auch von mir. Wir sind heute drauf und dran ins Disneyland zu fahren. Eigentlich wird mir um 8 los. Es ist 8.30 Uhr und ich bin jetzt auch da. Aber es fehlen immer noch Leute. Also es bleibt spannend, wann die im Disneyland arriben. Aber ja, wir machen uns erstmal Frühstück. Ist das krass hier? Oder ist das krass? Es ist immer noch kalt, Bro. Was ist in LA los? Warum ist es so kalt? Ich verstehe das nicht. Also Leute, ich lande das gerade drüben und er ist extrem verunsichert bei seinen Waffeln, ob die noch gut sind oder nicht. Weil er hat die nicht tiefgefroren über Nacht. Ich habe ihn schon die ganze Zeit gegaslightet hier den Morgen über. Also ob die sind noch gut. Aber ich habe es zu Olli gesagt, sie sollen immer rübergehen. So dran riechen und dann so ein Gesicht mal so. Das machen wir jetzt. Krass. Hast du den Waffeln geholt? Ja, das ist ein bisschen roh, oder? Ist das so? Ist das falsch? Wie schmecken die? Lange weg. Krass. Und ich mache einen Kühlschrank für die? Ne, wenn du ein Prost da. Müssen wir auch heute benutzen. Ist die süß? Ja. Dann musst du die heute benutzen. Ich habe vergessen die ganze Nacht wieder in den Kühlschrank. Das heißt, wir würden nicht heute benutzen, wenn die schlecht. Ah, verstehe. Und die werden aber erst morgen schlecht. Ich hätte es vielleicht im Auto in der Seleitertin gewissen. Mann, ich wollte dich eigentlich pranken. Wir wollten dich verunsichern, weil Dominik meinte, dass du Angst hast, dass das die schlecht sind. Also ich rieche mich einfach so an deinen Waffeln. Das hat nicht so gut funktioniert. Na ja, egal. At least we tried to prank you. Sehr gut. Was ist der Move? Wie macht man das aus? Ah. Was ist der Move? Warum sitzt du vor der Tür? Weil ich das weitergegieße mit meinem Eis. Das ist schöne Wetter. Das ist schöne Wetter? Ja. Du willst einfach zeigen, dass du über-ready bist und wir zu spät sind. Weil du bist schon draußen und wir nicht. Wie immer. Überbringlich. Super stark. Es gibt ein Toilettenpapier-Debakel in dieser Villa. Es verschwindet regelmäßig Toilettenpapier aus dieser Toilette. Unglaublich viel Toilettenpapier. Also da ist jeden Tag mindestens ein, zwei Rollen. Wer glaubt von euch Toilettenpapier, Alter? Ja, safe, Mann. Du willst was mit nach Deutschland nehmen. Safe, go. Oh, shit. Naja, Dominik wird wohl ohne Klopapier jetzt auf Tour sein müssen, oder? War da nicht gerade auch kein Klopapier drin? Äh, er muss mit Pipi hier. Männer und Pipi und kein Club. Ich weiß ja nicht, ob das so richtig ist. So, wir sind jetzt auf dem Weg hier doch bei einem 7-Eleven gehalten, um noch kurz paar Stacks zu holen. Ich war noch nie in einem 7-Eleven und das ist irgendwie ziemlich cool. Deswegen gehen wir da jetzt mal rein und schauen uns an, wie es da drunter aussieht. Ja, ja, ja. Hier werden einfach Diebe. Crazy. Geilo. Was gibt's hier Geiles? Bro, dann ist doch gleich sowas. Sticks. Bro, was? Da ist einfach nur Ei drauf auf dem 7-Eleven. Oh mein Gott, Ei. Strong. Das Ei aus dem 7-Eleven. Ja, mit nem Nichts. Das sind Blutflecken. Ja, ich glaub halt, for real, da vorne sind auch so Bilder von so Straftätern, die hier Leute ermordet haben. Was? Vor der Tür da vorne, ja. Okay, vielleicht nicht ermordet, aber haben wir klaut halt, ne? Du hast halt hier drin echt so nen kompletten Snack-Area irgendwie, dass du dir halt fresh Sachen machen kannst. Guck mal, hier komplett, da komplett. Also, ist schon crazy hier. Iced Coffee. Hier Getränke. Da gibst du wieder meine allerliebsten Slushy-Automaten. Ey, ich... Hier gibt's halt alles in Slush. Das ist halt übergeil, ne? Amerika ist wirklich mein Slushy-Faradies. Und ich werd komisch angeguckt, weil ich bin da, komm mal gar nicht umlaufen. So, wir sind arrived im Disneyland. Ähm, gehen hier runter. Es wird einfach so fantastisch. Es wird einfach nur wunderschön. Nee, nee, nee. Ähm, ich hab Bock auf Snacks. Ich hab Bock auf Achterbahnen. Ich hab Bock auf Schlösser. Ich hab Bock auf Disneyland, man. Habt ihr Bock auf Disneyland? Ja! Wir haben Bock auf Disneyland, ja. Hast du Bock auf Disneyland? Ich hab richtig Bock. Süß. Das ist sehr süß. Sehr, sehr süß. Die Power für 15 Menschen gleichzeitig. Man kann es nicht fassen. Ich kann zu. Wieder solche automobilen verbrachte Borde und fahren jetzt zum Disneyland hin. Wow! 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 Ich hab 200 Euro für diese Tickets hier ausgegeben. Das heißt, es muss halt fucking worth sein in Disneyland. Oh, hier gibt's ein Älchen. Geil, oh. Was eine wunderschöne Karte. Hast du schon was des Gottes? Hey, check einfach. Es gibt bei jeder, also es gibt diese verschiedene Farben. Ja. Bei jeder Farbe gibt's einfach Disney Dining, nigga. Oh, Essen? Ja! Das sind alles Restaurants, die dazu passen. Wie geil ist das denn? Oh, geil. Oh mein Gott. Bar? Bar? Wir wollen hin. Was genau ist dieses Schloss? Also, ist das das Schloss? Ist es das? Was ist es? Ich finde es ziemlich average. Eigentlich stimmt, eigentlich ist es ein riesiges Schloss. Eigentlich ist es viel zu groß schon. Wow! Das sieht so, so cool aus hier. Ich hab hier grad einen kleinen IRL-Stream gekickt. Und hier werden jetzt die ersten Essen verköstigt. Ich weiß nicht, was es ist, aber das ist Colton und lass dir irgendwas mit Potato. Bro, diese Frau da hinten hat einfach gerade diesen Bär da hingelegt, um ein Foto zu machen. Bro, die unfreundlichen Stormtrooper wollen kein Foto mit mir machen. Was soll das? Richtig frech von denen. Ich will doch einfach ein Foto machen. Sie sagen einfach nein, sie sind auf Tour. Was soll das? Hier ist so eine kleine Werkschaft, wo man sich so Droiden selber bauen kann. Die kann man hier so aufstellen. Wie übertrieben cute. Und hier hängt es so. Sehr, sehr süß gemacht hier mein. Schon cooler. Da kommen die ganzen Ansachen. Wie übertrieben cute. Oh, wie krass ist das Teil, Alter. Schon nice gebaut hier. Ist das ein Millenium Falken? Nein. Oh Mann ey, wir sind die Star Wars Genies hier. Ich frage mich, ob die Leute, die da an der Kasse stehen, mittlerweile schon abgefuckt sind davon, dass die immer da so ankommen und irgendeine Scheiße machen. Oh Mann ey. Wie lange hast du da Schönes? Wir haben ja nicht gekauft tatsächlich. Das war krank. Was war das krasseste? Das ist krass. Das ist ja richtig. Das ist übelgeil, ne? Das ist sehr, sehr, sehr. Ich freue mich an, dass die oben rausziehen irgendwie und dann kann ich es auch transporten. Ach so, der hat so eine Anweisung gemacht. Ja, ja. Das ist ja auch gar nicht mal so. Das ist auch gar nicht so billig, ne? Das ist auch gar nicht so billig. Ja, okay, aber es war ja auch, wie viel hast du gekauft? 2.30 Euro. Wir reden nicht drüber. Du kannst dir einfach hier Snacks kaufen, einfach so eine Gurke oder so ein Stück Ananas, Bro, wie krass. Ja. Ja. Boah. Boah. Du hast doch was hier hier jetzt. Dann geht das das. Hey ihr Lionel. Okay. Wie geil hier. Wie geil. Wie geil. Da ist doch die, meine ich am Abend. Wie viel und wie viel. Wie viel. Wie viel. Ich hab mir mal gesagt. Hier ist ein Foto mit Minimaus, damit ihr ein schönes Thumbnail habt für den Vloggeruch. Und ich will super gleich. Kamera. 1, 2, 3